Lisa hat einen stressigen Tag hinter sich. Sie entscheidet, etwas Zeit im Park zu verbringen. Mit einem Buch in der Hand findet sie einen ruhigen Platz. Dort setzt sie sich auf eine Bank und beginnt zu lesen. Nach einer Weile bemerkt sie einen Hund, der zu ihr kommt. Der Hund wedet freundlich mit dem Schwanz. Lisa lächelt und streichelt den Hund. Kurz darauf kommt der Besitzer des Hundes, ein junger Mann, dazu Entschuldigung, ich hoffe, er stört nicht, sagt der Mann, kein Problem, er ist sehr süß, antwortet Lisa. Der Mann stellt sich als Tom vor und sie kommen ins Gespräch. Es stellt sich heraus, dass sie viele gemeinsame Interessen haben. Lisa merkt, dass der Park und das Buch ihr nicht nur eine Pause gegeben haben, sondern auch eine neue Bekanntschaft. Sie verlassen den Park mit dem Gefühl, dass dies der Beginn einer schönen Freundschaft sein könnte.